hallo und herzlich willkommen kommt fortnight die welt shop video ja heute ist montag wo ich jetzt dieses video hier veröffentlicht habe aber das ist halt leider so die folge ja ich hatte diesmal keinen teil gehabt dass ich das von sonnkart vor euch hochlage deshalb habe ich dir jetzt hier heute mal am montag hochgeladen dann gucken wir mal rein was folgt und neues gibt über folgende sonnkart kommt noch nicht die welt shop video immer sonnkart aber diesmal montag wir haben die schaufel neu bekommen vor taugend erst von art und war im dessen ist okay kann mit arbeiten ich hoffe dann jemand auf den kopf hauen die schaufel ja ja liebe leute so wacker merken hier bei event war bei event haben wir bekommen gegen der gedauert wird nämlich alles gleich geblieben und die ist und gut reden also das ist okay kann damit arbeiten aber die augen gehen noch ein bisschen komisch auch muss schon ganz bei 3600 goldbein und man kann ich hoffe auch noch brudeln obwohl ich die schaufel anfühle so das kommt beim fun event wir haben immer noch gar und gar fun event immer noch gar ihr gar ablevel geistigen bekommt ihr ein waffen kickel damit könnt ihr welche waffe auf einen sonne album holen und ab dem level funk ich bekommt ihr ein helm kickel das heißt ihr müsst auch mal die berge passieren bleiben und das ein bisschen leveln und dann bekommt ihr wunderschöne dinge so einfach ist so was haben wir hier noch von event da kann man ja noch dann haben wir hier noch das genders event da kann natürlich die elenwaffen feich halten das wollen wir auch alle haben aber nicht elenwaffen brauchen wir immer also auf alle fälle macht dieses event wird dieses event durch wo ich euch empfehlen ihr bekommt elenwaffen ihr bekommt einen guten hellen holt euch die elenwaffen und gegen hellen nicht vergessen so dann haben wir noch das last event da kann man mit dem bus ein bisschen fahren nach der busfahrer ja das ist wunderbar ja haben wir noch etwas haben wir noch ein event das event haben wir noch ein bisschen mehr auf dem busfahrer gibt es gibt immer noch die stelle die welt paket wenn ihr kaufen wollt kauft euch das also ja neuer empfänger sehen wollte das lohnt sich auf alle pille mit der welt an kupon und vor leute die natürlich die welt haben ihr könnt euch dieses paket auch kaufen ihr behaltet natürlich eure vorteile die ihr jetzt auch schon habt nur ihr bekommt halt die gegessenheit denn noch wenn ihr euch das paket kauft so einfach ist und ja dann muss ich sagen das war es mir direkt liebe ich shop video ich war gar bis zum nächsten mal ich wünsche euch natürlich eine angenehme woche und dann muss ich sagen tschau tschau und reingehauen liebe freunde